611 Stäbchen, bildende Lampenschirme. Auf japanisch heißt Hayashi kleiner Wald. Sie hat 18 Watt, LED und eine Länge von 1,20 Meter. Sie wird natürlich auch noch in verschiedenen Längen von uns demnächst angeboten und Sie können sie in Zukunft auch stufenlos dimmen. Es ist natürlich als Esstischleuchte prägestioniert, aber warum nicht auch als Leuchte über einem Besprechungstisch zum Beispiel. Bei der Positionierung der Stäbchen haben wir eine Karostruktur, in sich allerdings wieder durch die Lochabstände eine Ordnung hat. Das Licht spiegelt sich hierbei wunderschön in den 600S Stäbchen, die eine warme, angenehme Reflexion abgeben. Das Licht spiegelt sich hierbei. Das Licht spiegelt sich hierbei. Vielen Dank.